Ich habe gerade auszusehen einen gegessen. Da ist ein Kano. Und das? Oh, zwei Kano. Drei Kano? Ne, zwei. Zwölf und 60. Hochheilen? Ein bisschen, ja. Ja, so ist das Ding. Okay, ich dachte schon. Gut, geht wieder. So, dann mache ich noch einmal Relief Damage. Ähm, ich denke mal, bevor wir ein Stego gezähmt haben, kann ich wahrscheinlich schon eher sogar diese Steigbügel da machen. Dann können wir da mal wenigstens noch was anderes machen. Dein Stego. Bis jetzt rennen wir nur rum und lösen. Ach, das ist ja der. Ja, macht ja Spaß, ne? Ich meine, man levelt so immerhin ein bisschen, ne? Und man erkundet ein bisschen die Gegend. Basilisk, Basilisk, schau ab. Er spuckt. Aber er bleibt da oben. So, ich guck mal, welches Level der hat. Lass mich raten, 20. 32, das ist der nicht. Ne, das ist ein anderer, Female. Aber ist schon geil aus. Der andere war auch Female. Sieht schon geil aus, ne? Ja, aber der macht mir schon ein bisschen Schiss. Äh, der kommt in unsere Richtung. Ja, dann weg. Ja, komm, lass mal einfach mal geradeaus runter. Guck mal, hier ist ein Stego. Was? Hier ist ein Stego. Level? Level 12. Ah, Mann. Laufs Demo. Bitte? Direkt um die Ecke, wenn ihr da, äh, um die Ecke läuft. Ein. Die Achtern. Zwölf. Besonderes. Wunderspringen? Challenge? Nee. Ach, Mann. Wie schwer es sein kann, einfach nur ein scheidendes Dego zu finden, ja? Warte, wie lange es dauern kann, kannst du sowas machen? Schwer es nicht unbedingt, aber. Neue Bulldogge gezinnt. Bitte? Wie ne neue Bulldogge gezinnt. Gleich zugucken. Bist du von da? Ah, 52. 50. Hast du mal eine Team für uns? Nochmal? Perno? Ja. Ähm, da brauchen wir ja die blauen Pilze, ne? Habe ich welche? Die kann ich dir geben, hier habe ich genug von. Hier, was ist mit dem Trike? Level 68, komm lass das nehmen. Nimm auch Dings. Was? Habe ich mir auch gerade überlegt, habe ich mir echt auch gerade überlegt. Aber ein Stego holt halt mehr raus. Ich meine, gut, wir können den jetzt mal machen und wenn wir dann noch ein, ähm, ein Stego finden, dann können wir den auch noch machen. Mhm. Aber du hast recht, ja. Kann man vom Ding aus schießen? Ja, kann man. Ja, klar. Ja, das Problem ist, dass ich jetzt, ähm, Funktioniert super so. Äh. Fuck! Ja, gut, egal, komm. Bei Bären ist eh scheißegal. Ich bin jetzt gerade nochmal angeschlagen, als das Ding war. Äh, was ist denn das da vorne? Wo? Was? Äh. Was, was, was? Na, die sind doch nicht alleine da, oder? So, äh, so ein Avenger. Moment. Level 48. Also, ich sehe jetzt keinen anderen. Sollen wir den mal anlocken? Na, lass ihn, lass einfach drauf gehen, oder? Hättest du mir auch gesagt. So, ihr müsst jetzt gleich kommen. Der ist alleine. So, jetzt, komm. Der macht auch alleine Blutungsschaden. Verdammt sind die krass. Oh, Metallpike. Ehrlich? Ja. Ja. Wir brauchen Grinder. Ja, gut, jetzt erstmal noch nicht. Die ist erstmal so allein schon ziemlich gut. Gerade. Jetzt müssen wir erstmal Bären farmen, dass wir mir das Strike zählen können. Dann haben wir da nur Base. Na gut, hier liegt auch so viel rum. Ganz ehrlich, ich habe jetzt keinen Bock zur Base zurück zu laufen und wieder her, also. Nee. Nee, nee, mach mal hier. Da-dam-dam-dam-da-da-dam. Büsche grabbeln. Ja, schön. Und das Fiber schön behalten. Mhm. Wir brauchen fünf Schränke voll. Bis wir eine Sichel haben. Dann können wir sie wegschmeißen. Genau. Hm. Na ja. Wie lange dauert denn so ein Ding? Äh. Ich würde es mal behaupten, mindestens eine halbe Stunde. Okay. Äh. Was ist ein Scheinhorn? Was? Scheinhorn. Wie Isabel schreibt grad, sie findet das Scheinhorn so süß. Keine Ahnung. Achso, wahrscheinlich diese kleine, die Bulldog oder so. Weil, Schein? Achso, Scheinhorn, ja. Mein Bruch. Ach, immer die Nackten. Du musst die mal sehen, wenn die betäubt sind. Da liegen die auf dem Rücken und dann hängt denen die Zunge raus. Und die hecheln dann so komisch. Das sieht cool aus. Da haben wir ein Raptor. Zack. Oben ist nämlich ein... Die Mini-Rehe? Jetzt weiß ich nicht mehr, was du meinst. Ja, es gibt kleine Mini-Rehe. Hä? Da war doch grad noch ein Skorpion. Okay, weg. So, ich hab den mal Majors reingeschmissen. Du hast ja auf den geschossen, hm? Ja, der hat... Der hat auf jeden Fall was davon abbekommen. Ja, 20%. Ja. Was soll's. Lass mal halt wieder aufwachen. Ja, genau. Ja, müsste reichen, oder? Ja, glaub ich auch. Ich kann mal gucken. Was war der für ein Level? Was ist der für ein Level? 68. Steht im Inventar gar nicht dran, kann das sein? Im Inventar? Ne. Ne. Im Inventar vom Dino steht das gar nicht dran. Ne, steht nicht drinne. 68. Ja, 68 ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Ja, geht, ne? 86 wird zwar besser, aber... Es tut seinen Zweck wahrscheinlich. Also wenn er gezähmt ist, steht das aber oben. Beim Namen. 16. Äh, Triceratops. Visit Trike. Ähm... Triceratops. Ich geh mal auf und suche nach irgendwie Metall oder so. Die paar Dinger, die da sind. Ja, ist nicht viel, ne? Ja, aus Steinen kriegst du echt nicht viel raus. Der braucht 74 Metro Berries und 33 Minuten dann. Also der braucht noch Metro Berries. Wir haben nicht genug, glaub ich. Mhm, okay. Geh nochmal los. Da irgendwo mit Teil gehen. Kapter. Wir können ihm doch auch die, äh... die Dings geben. Anstatt wir ihm die Narko-Bären geben, geben wir ihm die, äh... Narko... Pilze. Können wir probieren, hast du welche? Na, Hirtenpilze. Ich erne grad welche. Die, die Pilze tun auf jeden Fall ordentlich, äh... Betäuben. Ich pfeife aber gleich mal so einen rein. Also in... Ja, bei einem bist du fast... Dem Dino oder dir? Na, ich mir. Ähm... Ja, okay. 16. Hier ist noch ein Trike. Ich dachte, wenn das jetzt irgendwie noch ein höheres Level hat, das wäre natürlich dann bitter, ne? Ja. Scheiss... Guck mal zum Pilze, ey. Die roten? Ja. Mhm. Ja, die sind... Gut, ne? Unsere Dings ist nix mit Metall. 64 Trike nochmal. Ja, wir haben aber 68. Schon wieder ein Raptor. Dankeschön, Fire. Fire the Wolf. So, wie hießen die? Mini Rehe? Achso, ja, ja, aber die gibt's die... Ich weiß nicht, wo es die gibt. Also ich hab bis jetzt noch keine einzige Skin. Die gibt's wahrscheinlich nur in einem bestimmten... in einem bestimmten Gebiet. Jekyll, wie heißt denn der... der Pilz? Äh, Moment. Schau mal grad... Achso, hier. Okay. Äh, Aserbic Maschum. Das sind die dunkelblauen. Genau. Boah. Na gut, 25 Torpor. Also bei einem bist du fast im Schlafen. Die Frage ist, ob das halt irgendwas anderes noch bewirkt, weil ich mein, das muss ja... Ne, siehst du doch. Die Effektivität geht nicht runter. Okay, cool. Boah. Boah. Es geht sogar instant rein. Aber es hält halt nicht so lange an wie, wie eine Beere. Hm. 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 Wie der ganze Müll reingeschleudert wird. Hier. Ein bisschen Gammelfleisch. Ach ja, keine Pilze. Hier hast du noch ein Kristall und ein paar Steine. Weißt du was, dann kannst du noch das ganze Fiber nehmen. So, jetzt hat er 85 Major Bells und ist er schon bei 40%. Das wird ja wohl reichen jetzt. So, der Torpor ist auch wieder voll. Müsste durchgehen, oder? Okay, 40%, also schon zwei Fünftel. Normales Kristall habe ich schon gefunden, ja. Was hast du gefunden? Normales Kristall. Ich habe eine Metallspitzhacke im Raptor. Äh, das ist wahrscheinlich dann mein? Ne, keine Ahnung, weiß ich nicht. Okay. Den Trike Sattel könnte ich machen. Dann mach den mal. Gibst du mir ein bisschen Leder? Wo ist Holz? Da ist Holz. Die Riesenmetallenden Dinger da, gell? Hm. Was waren das? Ja, keine Ahnung. Das weiß man nicht. Muss man halt alles sich erarbeiten, ne? Oh oh. Oh 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 oh. Ich glaube ich weiß, wo der Basilisk ist. Sicher? Ja. Also zumindest ist da einer. Warte mal. Da steht ein junger Raptor. Ne, das ist ne Pflanze. Das ist ne Pflanze. Das ist ne Pflanze. Ah ja, ne. Äh, da haben die, haben wir eben gemacht. Ich war grad, weil ich woanders hingelaufen bin, aber wieder im Kreis, im Pudding gelaufen bin. Ich bin doch, das ist ne Pflanze. Das ist ne Pflanze. Und um Kreis gelaufen. Klar, ich brauch Leder. Ja. Ja, schön. Vor allem, du hast, du hast, äh, meinen Raptor genommen. Was? Oh ja, guck mal. Igitt. Ich bin gleich da. Einen Basilisten besuchen, oder was? Ne, ich weiß nicht, das könnte auch ne Pflanze gewesen sein, weil das würde mir keinen Namen angezeigt. Ich hab mich schon gewundert, warum ich... Hä, da ist ja gar kein Leder drin. War aber auch keins. Wo ist denn sonst der Leder? Unglaublich, dass das grüne wär auch... Wär auch irgendwie... Metall... Messer. Ich hab hier... Ich hab den aufgeräumt. Ich hab das rausgeschmissen, was drin war, außer... Aber es war kein Leder drin, also... Ach, hier ist ein Tote. Ich glaub, die Rüstung, die da drin war, die normale Fiber-Rüstung, die... War dir jetzt nicht wichtig, oder? Nee. Das ist ja eh aus irgendeinem Dino raus. Ja eben, deswegen. Das... das erklärt natürlich auch die Spitzhacke. Vielleicht dann hab ich doch deine. Das kann sein, ja. Ich packste dir einen Trike. Warum kann man die scheiß Bombs vom Set verspät werden? Ist auch Holz. Hm. Ach Gott. Weißt du, ey, bis du das hast, was du willst, also quasi ein Trike oder ein Stehofen-Zähm, weißt du schon gar nicht mehr, warum du das gemacht hast. Ähm. Ich hab nen Trike gefunden. Der wäre 76. Ja, schön. Ja, betäub ich's mal. Ja, betäub ich's mal. Hä? 64. Das hab ich auch schon gesehen. Also Metall muss das geben, weil du brauchst für die, ähm, Wood, äh, also für die... Ja, gut. In den kleinen, in den kleinen Felsen am, am Wasser. Ja, aber das ist doch so wenig, was du da rausbekommst. Ich sag ja, da oben diese, diese, ähm, diese... Da, wo das warm-weiße Licht ist, da waren ja so, so Berge. Ich wette, da gibt's Metall. Es sieht zwar aus wie Salz oder Schwefel oder sowas. Aber, oder halt dieses, keine Ahnung, was, äh, doch Schwefel. Aber ich wette, da gibt's ein bisschen noch Metall raus. Grab, grab den Hookbauten und da hoch, ne?